Hallo. Die Vizepräsidentin, kurz die Wieb, hat es geschafft, sich zu unzählen. Danke, Dan. Barbara, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Wie nett von Ihnen. Was ist mir hier mittlerweile entgangen? Die Macht? Das war ein Scherz aus dem Leben. Oh, ich weiß, ich weiß. Der Präsident meidet mich. Vielleicht ist er nur unzuverlässig wie Garry's Deo. Ich würde mal sehen, ob dieses Feuerwehrdings heute irgendwo erwähnt wird. Wollen Sie sich selbst googeln? Ja. Ich würde nicht nach Ihrem Namen oder Spitznamen suchen. Garry, was sind meine Spitznamen? Grizzly Madam, She-Ra, Maya der Geier, Batcave, Pissgesicht. Weep's Throat, Waldemeyer, schwanzloser Dracula. Pissgesicht? Was ist mit Senator Reeves? Ist er schon tot? Noch nicht. Er hängt immer noch an den Schläuchen. In ihm stecken so viele Schläuche, dass er wie ein Dudelsack aussieht. Ich muss Sie nur für einen Moment sprechen. Nein, sie ist gerade mit einer Menge wichtiger Sachen befasst. Sue, es dauert wirklich nur eine Sekunde. Sie ist am Rotieren. Wieb, die komplette erste Staffel. Jetzt auf Blu-Ray und DVD.